und ein Gold Fick dich nein! Nein! Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer Runde Survival Games Ich bin heute alleine und ja wir spielen auf dem Mineplex Server und probieren mal hier was zu reisen wir machen übrigens eine Yolo-Runde das heißt dass diese Runde egal wie sie wird sofort hochgeladen werden muss und hoffentlich wird die Runde gar nicht so schlecht weil ich möchte doch mal ein paar Videos auf meinem Kanal haben die nicht so kurz sind kommt vielleicht jetzt nicht so gerne an äh so gut an aber schon muss Deutsch lernen, Alter, ich bin Deutscher ja ich bin wirklich Deutscher was für ein Wunder so eine Lederhose da ist doch schon gar nicht mal so schlecht äh oh das hab ich komplett übersehen, noch eine Lederhose, toll wir sind übrigens das Kid Archer äh das heißt wir können oh das ist gut so, Schluss sind wir gar nicht ausgerüstet das heißt dass wir praktisch ähm Pfeile verschießen können Pfeile verschießen können aber auf eine ich sag mal eine gewisse Art und Weise ähm so die haben wir schon ähm und zwar können wir damit diese Pfeile streuen lassen und den können wir kurz oh Gott oh es leckt Alter hat das grad gelegt krasser Leck war wirklich so was fand ich nicht schön fand ich nicht toll nicht so schön ok wir haben ein Eisen oh oh Gott doch fickt nicht nein 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 auch Mant oh warum nur auch nein warum verdammt nochmal ja das war's mit der Jolo runter oh man الله man hat ja gut ich glaube ich werde hier ein bisschen Musik einbauen und zwar so dass ihr das Lied noch bis zu Ende hören könnt dass da wenigstens ein Highlight ist. Oh Gott war das schlimm. So unfair einfach. Okay dann würde ich sagen danke fürs Zusehen. Das war eine YOLO Runde. Ja die sind bei mir so wenn ihr ordentlich so weit wie ihr es unten seht dann brauche ich da schon ein paar Anläufe dazu. Danke fürs Zusehen, bewertet nicht vergessen wie ihr sowas findet. Zeigt mir mit Daumen nach oben dann mache ich mehr davon und ja dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.